Diesen Sommer tragen Frauen neben Röcke vor allem auch Hosen. Die Designere der Fashion Weeks haben gezeigt, dass man sich auch bei warmen Temperaturen durchhause in langen Hosen aus dem Haus wagen kann. An der Modenschau hat man die verschiedensten Hosetypen gesehen. Elegante Anzugshosen, die in den 80er Jahren in Mode waren, aber auch Plunderhosen sind vorgestellt worden. Die haben einen breiten Beischnitt und sind am Fussknöchel eng und sind für den legeren Alltag geeignet. Wenn es die Frau noch bequemer hat, dann sind auch Hosen im Pyjama-Stil erlaubt. Die Alternative zu einem langen Kleid ist dieser Sommer der Overall. Je nach Muster und Schnitt kann man den Overall in der Freizeit, aber auch zu einem Geschäftsmeeting oder in Ausgang anlegen. Bereits seit den 80er Jahren war dieser sexy Einteiler ein beliebtes Disco-Outfit. Sogar als Alternative zu einem Cocktailkleid haben die Designer Overalls kreiert. Spätestens jetzt wissen wir, auch in Hosen kann eine Frau sehr weiblich aussehen. Spätestens rüber! Spätestensõistens